Wenn Du emotionalen Missbrauch erlebt hast, dann weißt Du, dass dieser Narben hinterlassen kann, die für andere unsichtbar sind. Es verändert Dich, formt Dich neu und macht Dich auf eine Weise vorsichtig, die manchmal schwer zu erklären ist. Dennoch bedeutet dies nicht, dass Du weniger oder gar nicht lieben kannst. Vielmehr liebst Du anders, vielleicht tiefer und authentischer. Dein Herz hat eine besondere Fähigkeit entwickelt, Emotionen intensiv zu spüren und auf eine Weise zu lieben, die nicht jeder verstehen kann. Es ist eine Liebe, die ihre eigenen Regeln und Bedingungen hat. Eine Liebe, die vielleicht zerbrechlich wirkt, aber gleichzeitig eine unglaubliche Stärke in sich trägt. Wenn Du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1 – Eine besondere Sensibilität für die Emotionen anderer Menschen, die emotionalen Missbrauch erlebt haben, entwickeln oft eine bemerkenswerte Sensibilität für die Gefühle und andere Bedürfnisse. Sie haben gelernt, die Stimmung in einem Raum oder die Gefühle eines Menschen nahezu intuitiv zu erkennen. Diese Fähigkeit, die oft durch schwierige Erfahrungen geschärft wurde, macht Sie in Beziehungen besonders aufmerksam und feinfühlig. Doch diese Sensibilität hat auch Ihren Preis. Sie können durch die Emotionen anderer leicht überfordert werden, weil Sie alles so intensiv wahrnehmen. Daher brauchen Sie Partner, die geduldig und verständnisvoll sind und ihre Eigenart zu schätzen wissen. Nummer 2 – Grenzen werden mit Vorsicht gesetzt Nach dem Erlebnis emotionaler Manipulationen oder Verletzungen fällt es vielen schwer, sofort zu vertrauen oder sich zu öffnen. Das bedeutet, dass Sie in Beziehungen oft klare Grenzen setzen und viel Wert auf Eigenständigkeit legen. Diese Menschen haben gelernt, wie wichtig es ist, sich selbst zu schützen und lassen deshalb nicht jeden sofort an sich heran. Sie müssen sicher sein, dass jemand wirklich ehrlich und respektvoll mit Ihnen umgeht, bevor Sie diese Grenzen aufweichen. Dies bedeutet nicht, dass Sie keine Nähe wollen, Sie benötigen nur ein bisschen mehr Zeit und Geduld. Nummer 3 – Vertrauen ist ein zartes Pflänzchen Vertrauen ist für Menschen, die emotionalen Missbrauch erlitten haben, eine besonders fragile Angelegenheit. Es ist für sie eine große Herausforderung, nach all den Enttäuschungen und Verletzungen wirklich zu glauben, dass jemand es ernst mit ihnen meint. Es kann sein, dass Sie immer wieder eine Bestätigung suchen und Ihre Zweifel offen aussprechen. Sie lieben vielleicht vorsichtiger und brauchen oft mehr Sicherheit, um sich geborgen zu fühlen. Doch sobald Ihr Vertrauen einmal gewonnen ist, lieben Sie mit einer unvergleichlichen Tief und Loyalität, die Sie zu wundervollen Partnern macht. Nummer 4 – Ehrlichkeit und Offenheit sind entscheidend Wenn Du emotional missbraucht wurdest, weißt Du, wie schmerzhaft es ist, wenn jemand die Wahrheit verschweigt oder manipuliert. Aus diesem Grund haben Menschen mit dieser Vergangenheit eine starke Abneigung gegen Unehrlichkeit und Doppelmoral. Sie wünschen sich einen Partner, der authentisch und offen ist, jemand, der nicht zu verbergen hat und bereit ist, auch über schwierige Themen zu sprechen. Für sie ist Ehrlichkeit die Grundlage jeder Beziehung und sie empfinden oft tiefen Schmerz, wenn sie merken, dass jemand sie an der Nase herumführt. Offenheit und Transparenz sind auch Werte, die sie in jeder Beziehung hochhalten. Nummer 5 – Eine tiefe Wertschätzung für kleine Gesten Menschen, die emotionalen Schmerz erlebt haben, wissen oft die kleinen Gesten der Zuneigung besonders zu schätzen. Während bei anderen große Worte oder Gesten bevorzugt werden, bedeutet ihnen oft ein aufrichtiges Lächeln, eine Umarmung oder ein verständnisvoller Blick viel mehr. Sie haben gelernt, dass wahre Liebe sich in den kleinen Dingen zeigt, in der Beständigkeit und den kleinen Momenten des Alltags. Ihre Vergangenheit hat ihnen gelehrt, dass oberflächliche Liebesbekundungen oft wenig wert sind und so suchen sie in einer Beziehung nach tieferer Verbundenheit und Echtheit, die sich durch alltägliche, aufrichtige Taten zeigen. Nummer 6 – Sie haben eine besondere Widerstandskraft entwickelt Emotionaler Missbrauch hat sie zwar verletzlich gemacht, aber auch stark. Sie wissen, wie es ist, verletzt zu werden und wie man sich wieder aufrafft. Diese innere Stärke zeigt sich in ihrer Fähigkeit, Krisen zu meistern und sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. In einer Beziehung bringen sie diese Widerstandskraft mit, die sie zu stabilen und mutigen Partnern macht. Sie wissen, dass das Leben nicht immer fair ist und sind deshalb oft in der Lage, ihrem Partner in schwierigen Zeiten beizustehen. Ihre Liebe ist durch ihre Widerstandskraft geformt und zeigt sich in der Bereitschaft, auch schwere Zeiten gemeinsam zu durchstehen. Nummer 7 – Sie achten auf die Balance zwischen Nähe und Freiheit Wenn Du emotional verletzt wurdest, weißt Du, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und nicht in der Beziehung zu verschwinden. Menschen, die emotionalen Missbrauch erlebt haben, wissen, dass sie ihre Eigenständigkeit bewahren müssen, um gesund lieben zu können. Sie suchen nach einem Partner, der sie nicht einengt und ihnen Raum für persönliche Entwicklung lässt. Ihre Liebe hat gelernt, dass echte Nähe nur dann möglich ist, wenn beide Partner genug Freiraum haben, um sich selbst zu finden und zu entfalten. Nummer 8 – Sie lieben mit einer seltenen Tiefe und Authentizität Emotional missbrauchte Menschen haben oft das Bedürfnis, eine besonders intensive und tiefe Verbindung aufzubauen. Ihre Liebe ist anders, sie ist ehrlich, intensiv und frei von Oberflächlichkeiten. Diese Tiefe kann für manche einschüchternd wirken, doch sie bringt auch eine unglaubliche Authentizität mit sich. Menschen, die durch emotionalen Schmerz gegangen sind, haben keine Geduld für Spiele oder unausgesprochene Erwartungen. Sie lieben echt, weil sie wissen, wie wertvoll echte Verbindungen sind und erwarten diese Echtheit auch von ihrem Partner. Unser heutiges Fazit – eine Liebe, die heilt und verändert Die Liebe eines Menschen, der emotional missbraucht wurde, mag manchmal kompliziert erscheinen, doch sie ist auch voller Heilung und Erkenntnis. Diese Menschen haben eine besondere Kunst, durch ihre Liebe anderen Trost und Kraft zu geben, weil sie selbst wissen, wie schmerzhafter Liebesentzug und Missbrauch sein können. Ihre Liebe ist ein Geschenk, das in tiefem Mitgefühl und wahrer Hingabe verwurzelt ist. Sie brauchen vielleicht länger, um sich auf jemanden einzulassen, doch wenn sie es tun, dann ist es eine Liebe, die heilsam und erfüllt ist. Für beide Seiten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!